Liebe Cecilia, liebe Kinder, ich hoffe, es geht euch gut zu Hause. Und dass euch diese Worte erreichen. Vielleicht kommen sie eines Tages gleichzeitig mit mir zu Hause an. Ich hätte nie gedacht, dass uns dieser Krieg so viele Jahre unseres Lebens rauben würde. Könnt ihr euch auch manchmal vergnügen? Seid ihr gut zueinander? Habt ihr Angst? Ich lebe in ständiger Angst, es könnte euch etwas zustoßen. Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt, keine Angst zu haben. Doch eines Tages wird es vorbei sein. So oder so. Das ist sicher. Ich liebe euch. Immer. Vater. Aber da war. Ich liebe euch. So oder so.